In diesem Video geht es um Wörter mit Dehnungshaar. Das ist ein etwas kniffliges Thema und ich zeige dir, wie du diese Wörter erkennst und richtig schreibst. Und außerdem habe ich noch ein kostenloses Übungsdiktat für dich dabei. Das Dehnungshaar wird auch stummes Haar, silbenfinales Haar, silbenschließendes Haar oder postvokalisches Haar genannt. Es steht nach einem langen Vokal. Manchmal. Zum Beispiel Stuhl. U ist der lange Vokal. Ohren. O ist der lange Vokal. Fahren oder Lehne. Es kommt nur in der deutschen Sprache vor. In Fremdwörtern finden wir es nicht. Na klar. Und es ist eigentlich total überflüssig. Nicht sehr motivierend, gell? Jeder würde nämlich die Wörter fahren und fahren genau gleich aussprechen. Warum also das Dehnungshaar? Just for fun. Es ist eine Übermarkierung. Länge und Kürze eines Vokals werden durch das Ende der Hauptsilbe bestimmt. Katzenkele. Hier ist ein Dehnungshaar. Endet die Silbe mit einem Vokal, wird dieser Vokal lang gesprochen. Endet die Silbe mit einem Konsonant, wird der Vokal kurz gesprochen. Das Dehnungshaar zeigt uns verstärkt, dass der vorherige Vokal lang gesprochen wird. Mähne. Das Ä wird lang gesprochen. Schulter. Dieses U wird kurz gesprochen. Wirklich notwendig ist das aber nicht. Kann man erkennen, ob es in einem Wort verwendet wird? Leider nein. Es steht in etwa der Hälfte der Fälle, in denen es auf den ersten Blick stehen könnte. Aber es steht häufig vor L, M, N und R, wie bei Bahn, Mehl oder Wählen. Und was bedeutet das? Auswendig lernen. Sorry. Dabei helfen dir aber Wortfamilien. Steht im Wortstamm ein Dehnungshaar, dann bleibt es auch bestehen. Fahren, Fahrrad, Fahrlehrer, Gefahren oder Bohren, Geburt, Bohrer, Bohrturm. Überall bleibt das H bestehen. Lehren, Lehrer, Lehramt, Gelehrter. Was kann dir noch helfen bei der richtigen Schreibung des Dehnungshaar? Wörter, die mit Q, S, C, H, S, P oder T beginnen, haben trotz langem Vokal kein Dehnungshaar. Schale, Quark, Spule, Toben. Zwischen und hinter Eu, Eu, Au, Ei und Ei steht auch meistens kein Dehnungshaar. Räuber, Weinen, Eulen, Seiten. Verwechsle das Dehnungshaar nicht mit dem silbentrennenden Haar. Das silbentrennende H steht immer zwischen zwei Vokalen am Anfang der zweiten Silbe und du kannst es hören. Und hier kommt das Übungsdiktat zum Dehnungshaar. Viel Arbeit für den Tierarzt. Während eines Konzertes bekommt ein Musiker sehr starke Schmerzen im linken Ohr. Es tut ihm von der Spitze bis zur Muschel weh. Er kann kaum noch stehen oder gehen. Um ihn dreht sich alles. Er setzt sich auf einen Stuhl. Der Geiger muss sich ausruhen. Ein Arzt aus dem Publikum untersucht ihn und zieht leicht am Ohr. Er murmelt beruhigend. Alles in Ordnung. Sie brauchen nur Ruhe und Schlaf. Dann schaut er auf seine Uhr und sagt, jetzt untersuche ich noch einen Uhu, eine Kuh, eine Dohle und ein Fohlen. Der Geiger lacht. Wer braucht hier eigentlich Ruhe? Mehr davon findest du übrigens auf raimann-hoen.de. Den Link, den schreibe ich dir unter das Video. Zusammenfassung Dehnungshaar. Es steht nur nach lang gesprochenen Vokalen. Es rutscht nicht in die nächste Silbe. Es ist eigentlich überflüssig und meistens steht es vor L, M, N und R. Und dieses Video zum Dehnungshaar ist von lernförderung.de. Und wenn es dir gefallen hat und ein bisschen weiter geholfen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Viel Spaß beim Lernen.